Im Holzfälderkeim machen die Männer ihre Arbeit. Der Land Rover fährt in die Stadt, um für die Männer Provianten zu holen. Aber es war ein schwieriger Weg, denn es gab Hochwasser. Es ist nicht sicher, ob er den Weg durch den Fluss schafft. Und jetzt ist es klar. Da kommt der Fluss. Davor ist der große Fluss, der muss irgendwie da durch. Der Fahrer bemerkte nicht, dass der Fluss total angestiegen ist. Und der ist fertig. Ich glaube, er rutscht schon. Oh-oh. Sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Der Landy ist umgekippt und hat sich in Stein festgehangen. Sofort. Abschlepper und Feuerwehr. Die Polizei muss kommen. Es sieht nicht gut aus von hier. Sofort. Der Jeep geht weiter unter. Wir müssen sofort... Wir müssen sofort... Rettungskräfte müssen kommen. Ich hoffe, dass Rettungskräfte müssen kommen. Rettungskräfte 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 Wir kommen da nicht dran. Wir müssen einen Monsterabschlepper holen. Die Polizei soll über Funk Bescheid geben. Abstepp, da kommt die Rettung ab. Hallo Männer. Hallo Männer. Ja, wir können es hinkriegen, wir müssen aber auf die anderen Seite kommen, wir fahren einfach drüber. Das geht nicht mit unserem Jeep. Der ist nicht geländefäßig. Das schafft die Furt auch nicht. Wir können es mit unserem Monster Truck probieren. Okay, wir bleiben hier. Wir müssen mit unserem Monster Truck da durchfahren, okay? Wir können es mit unserem Monster Truck probieren. Wir können es mit unserem Monster Truck probieren. Vielen Dank.